Elefanten leben in einer engen Gemeinschaft, in der Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Wir Menschen bekommen von der Sprache der Elefanten nur sehr wenig zu hören, denn die Tiere verständigen sich oft in sehr tiefen Tonlagen. Der sogenannte Infraschall ist für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar. Elefanten senden Infraschall mit dem Rüssel durch die Luft aus. Aber noch effizienter ist es, wenn sie dabei den Rüssel auf den Boden pressen. Denn die tieffrequenten Töne breiten sich im Boden weiter aus als in der Luft, ähnlich wie seismische Wellen eines Erdbebens. Elefanten können diese Vibrationen mehr als 10 Kilometer weit wahrnehmen und verstehen. Auf diese Weise tauschen Elefanten Informationen aus, über lohnende Nahrungsquellen, Gefahren oder mögliche Partner. Aufgenommen werden die Vibrationen über Druckrezeptoren in den Fußsohlen und in der Rüsselspitze. Von dort gelangt die Information ins Gehirn. Und das ist eines der größten im gesamten Tierreich. Es wiegt bis zu 5 Kilogramm. Ein Elefantenhirn bildet und verknüpft stetig neue Nervenbahnen. Es entwickelt sich und lernt ein Leben lang. Und das ist ein Leben lang. Untertitelung des ZDF, 2020